Ah fuck, ich hab... ich hab schneller so rausgenommen... Ich hab gedacht, ich hab geschrieben, nee, sorry, ich bin schon in einer Party. Englisch oder Deutsch? Ja, er hat mich nicht mal zurückgeschrieben, er hat einfach einen Party lassen. Weil der andere hat gesagt, AFK, also ich hab geschrieben. Ja. Nein, Time-Up, wieso hat mich der All-Yang eingeladen? Ich hab nicht mal geschrieben. Wahrscheinlich sind sie zusammen in einer Party. Ah ok. Den Standort des Bio-Gefahrgutbehälters finden. Das ist so spannend, der Yang. Ja, irgendwie deckt, du weißt. Ich frage mich gerade, wie du auf deinen Namen kommst, um dich einladen. Hä? Ich frage mich, wie du auf deinen PS-Namen kommst, um dich einladen. Ich kann es dir sonst nachher schnell erzählen, wie das geht. 10 Sekunden bis zum Einsatz. 5 Sekunden. Weiter zum Bio-Gefahrgutbehälter und diesen sichern. Sowiez dann Euer-Gefahrgut Ит Amazing Fortnite. casts ediyorum-D 엄k spelbarer. Ja! Du musst unbedingt regelmässig dort hinunter schauen. Sämmer. Ja! Was soll ich zuschauen, damit du kannst? Nein, nein. Einfach so als ich nicht hätte. Ich suche gerade Fussspuren. Was kann ich sagen? Krass. Hast du den nicht? Nein. Unfähig. Wenn ich IQ gestorben werde. Ich lade mal ein neues Magazin. Sprengladung klar. Die Angst! Das ist unfair. Die Drohne ist aktiviert. F***. Guter Sprung. Geil. Da links ist der Puls. Du ihn nicht scannen. Ok, halt. Du ihn scannen. Ah, es sind nur noch zwei. Ok. Was ist das? WTF? Nice. Gegner neutralisiert. Eigener Druck erfolgreich. Habe ich die Säße geklaut? Nein, nein. Voll easy. Der Puls hat mich verdammt. Das Zeug, das ich auch behaupte, Sophia. Das Concussion-Zeug. Wenn du das machst, stößt ich den Kopf ein wenig nach unten. Und BAM! Ich habe ihn nicht getroffen. Ich habe gerade in der Animation irgendwie meine Matrix-Scheisse gemacht. Darum hättest du mich gerade... Ernst! Das Dorfdeutsch. Ja, Mann. Es ist, es ist ein Stopp. Aber wenn du die ganze mit mir und dem Kosen in der Party hängst... ...rätst du schon fast Zürich-Deutsch. Mann, ich habe das gemischt von halbem. Ab und zu habe ich noch französisch. Französisch-Deutsch. Ja, ich weiss auch nicht. Der Duden auf der Johnny. Ich werde ihm auch... Es ist... Gute 8 Jahre... Äh, danke. Französisch-Deutsch. Rippo, ja. Rippo, ja. Rippo, ja. Störsender bereit. Oh, kommen wir mal. Das wird dir gefallen. Ab dahin. Ja. Ja, Mann. Komm mit dem Fenster. Ja, kann ich nicht mehr. Es bleiben noch 10 Sekunden. Du bist so wichtig, Dynamenstrahl zu spielen. Noch 10 Sekunden. Ich sehe... Vor Mute. Vor Mute. Nee, Heron. Ja, eben. Hast du ihn schon gesehen. Heron, Painting. Ah, shit, ich weiß nicht. Ich werde dir von dir machen. AB, Invest. Stör, wenn er wird aktiviert. Stör, wenn er wird aktiviert. Stör, selber. Boil. Nein, das mache ich da. Ich mache es da. Verletzt. Stör, selber gestartet. Nice. Einfach gesprayt. So muss das. Ash. Zwei Schildes. Ich bin bis zu wie vom Lift. Aha. Ich bin bis zu wie vom Lift. Ich bin bis zu wie vom Lift. Ich bin bis zu wie vom Lift. F**k. Blitz, meine ich. Ich bin bis zu wie vom Lift. Nachladen. Wow. Wo kommt hier rein? Dort hinten ist Ash. Gerade hinten. Ja. Blitz ist down. Blitz ist verletzt, glaube ich. Untertitelung des ZDF, 2020 Hier! Okay, jetzt hab ich nicht da. Ich bin mehrmals abgelegen und so. Ja, ich mein, da hab ich nicht mehr verzeiht und geschwitzt. Was? Mission gescheitert, eigener Operator gefallen. Zuerst hab ich nur verschillt. Ah, shit. Yo, Ash, so spielen kann ich auch. Hier, Mann. Wer hat mich da gerade gesafe gehabt? Nein, Mann. Der, der eins. Der, der drückgelt hat. Der, der unter mir ist. Der, Ailoidu. Ah, ich könnte ja mal wieder Ding sagen. Wenn er jetzt eingekommen kann, könnte er sein Pass für Division. Oder wie wär's einfach aus 2? Für das 2 geht es sicher noch ein bisschen, glaube ich. Ja, okay, warte. Ja, okay, warte. Season Pass wär' hure geil für die Division. Ja, könnte man noch... paar Runden Survival Sucht und Underground. Das hab' ich noch praktisch nie gemacht. Und das andere, was? Ah, nein, nein, das andere hab' ich nicht gern. Das 4 gegen 4. The plus minus Camback. That the plus and minus Cam tent post witzen scharret. Aha. We see Cam Who are here嗎? Okay, therecharakter. aden hadi kassenMee. Aha, there have nothing to force, you mean? نہ? Schau wir,.'' In 5 Sekunden. Bio-Gefahrgutbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. M1, Achtung, Zwiebel, Achtung, Zwiebel. Ah, das hat die Fußspuren. Das andere ist schon down. Ich wechsle schnell die Magazine. Ich höre jemanden da. Wtf, Cavera riecht einen nach dem anderen. Ich soll mich schnell um Cavera. Verlass dich nie auf deine Augen allein. Klare Spuren, ich habe eine Fährte. Mit Sicherung des Behälters fortfahren, sobald den Raum sichern und den Bio-Behälter schützen. Sicherung des Raumes einstellen. F**k! Cavera ist... Ach, leh, meh, aus. Ach, leh, meh, aus. Nice! Shotgun! Was ist das? Scheisse, Mann. Puff! Was ist das? Oh, ich bin tot. Ah. Ah, äh. Der Cavera hat ein wenig runtergekommen. Mhm. Ich finde das mit dem Luschen, äh, mit dem Jackal noch easy nice, als wenn ich das Brau-Teil einsetze, das ich manchmal noch fast gar nicht sehe. Nein. Da muss ich mich mehr auf mein Instinkt drauf verlassen. Ja, Mann, mein Du, dann mit Frosch im Mund. Oh. Hm? Ja, bäh, diese C4. Ich habe jetzt die Runde nur reinkillt gemacht. Wir müssen den Bio-Gefahrgut-Behälter... Nein, ich habe jetzt alle Volküren nehmen. Pino-Scout! Der Gegner hat den Bio-Gefahrgut-Behälter gefunden. Nichts bekommen, aber keine Autos-Shop-Böde. Da geht nicht. Die haben sie nicht. Das ist ein Teil, ja. Autos-Scout. Der ging selber raus. Der ging selber raus, der ging einfach raus. Und danach hatte sie verloren. Ja, hier war das. Au-dee-er-er-er-er-er-er-er... ...und wir reden scharf gemacht. Boah, wir leiden 5 Sekunden. Die Gegner haben den Bio-Gefahrgut-Behälter lokalisiert. Die Gegner haben den Bio-Gefahrgut-Behälter lokalisiert. Ja, Karre für 100 Stötz gesehen. Ein kleines Andenken. Wie festgeklippt. Errichte eine Barrikade! Ich hoffe, die Strategie bringt was. Ich finde den Peak, den ich hier habe. Du kannst mich nach hinten schauen. Gut, gut. Vor der Drift anstatt. What the fuck? nur noch ein gegner übrig das ist ja hunderte wo er randoms t4 hat man, wo er randoms hier ist Ich habe vermutet, dass sie schon längst weg ist. Aber ich habe gleich mal gesprengt. Ich will mal das R14 nehmen von den Asch. Das wird härter. Okay, ich nehme das R14. Das musst du wissen, Kollege. Ohne den Kuss haben wir eine recht geile Runde, Mann. Ah, ich sage ja, das hat auch nicht viel. Ohne mich haben wir manchmal auch geile Runde, oder was? Wir haben schon lange nicht mehr so zusammen gespielt. Gute Arbeit. Der Bio-Gefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Der kommt ja die meiste Zeit. Ich glaube, momentan spielt ihr mehr Solo zusammen. Wer reich und eh? Ja, immer mehr. Aber wie gesagt, wenn das stimmt, dann haben wir schon lange nicht mehr Solo zusammen gespielt. Zehn Sekunden bis zum Einsatz. Du weißt, welches Spiel, oder? Weiter zum Standort ist Bio-Gefahrgut erhöhter. Der Kuss ist die meiste Zeit am Panel. Manchmal sagt er, dass es in der Nacht kommt. Nachher bin ich trotzdem noch alleine. Wie gesagt, wenn ich spüren die Menschen, vielleicht sieht Fortnite, dann müssen wir uns nicht ganz konzentrieren. So, die Rainbow oder so, weiß ich. Fortnite ist einfach so just for fun. Ja, klar. Für das habe ich Fortnite auch gerne. Dass wir da nicht verdammt hätten, müssen wir uns überlegen. Überlassen. So wie sie aber schon zu ein hart unterwegs sind. WTF unter mir? Ich bin bereit, räume! LOL, ich habe Schatten genommen. Was hast du gesehen? Da ist eine Luke. Bereit für Durchbruch. Wo wird geschossen? Komm mir dran. Vom Restaurant. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Man wird nicht weg. Ich bin bereit. Genau, hier ist der Wicht. ich habe hier etwas eine klare fährte ich folge scheiße fehl ich lade ein frisches magazin 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 nase was läuft nicht du 2 kills man ein guter die runde du gehst selber nicht zu ja gar nicht schau mal wie es im bronsang ist Das ist eben so, man. Sonst bin ich immer gebrunzt. Aber das sind wir vielleicht immer alleine. Diese Season, weißt du? Nicht diese Season, du bist mal höher raus. Mhm. Maybe, baby. Also ausmessig.